Mit diesem Video möchten wir Ihnen die komplexen Zusammenhänge unserer Batterietests einmal ganz einfach erklären. Grundlage ist unser innovatives Messverfahren, das extrem schnell professionelle Ergebnisse liefert und sehr einfach in der Anwendung ist. Unsere Systeme sind einsetzbar von der Zelle bis zum Hochvoltsystem. Der über allem stehende innovative Ansatz liegt in der spektralen Impedanzmessung. Hier die Ortskurve, die den Verlauf der Impedanz bei verschiedenen Messfrequenzen anzeigt. Unsere Messgeräte ermitteln hierzu durch Messungen in den Bereichen der Elektrolyte, Elektroden und der Diffusion mit einem speziellen Algorithmus den Gesamtzustand Ihrer Batterie. Hiermit erzielen Sie eine Schnelligkeit, wie Sie sie bislang nicht gekannt haben. Denn normalerweise dauern umfangreiche Batterietests Stunden. Mit unserem innovativen Ansatz ermitteln wir innerhalb nur einer Sekunde den kompletten Batteriezustand durch gleichzeitiges Messen des AC-Widerstands, des DC-Widerstands sowie der Batteriespannung. Und das alles bei einfachster Anwendung. Über das intuitiv zu bedienende PC-Programm erhalten Sie sofort alle relevanten Informationen. Die Frequenz, die Impedanz, die Spannung und die Temperatur. Zur Datenablage oder für Analysen können Sie die Messergebnisse im Text- oder CSV-Format exportieren. Wenn Sie Batteriemessungen in der Produktion durchführen wollen, kann das Gerät über ein einfaches Kommunikationsprotokoll von einer SPS gesteuert werden. Unsere Geräte haben sich bewährt in der Entwicklung zur Analyse und Tauglichkeitsprüfung von Zellen und in der Produktion von der Eingangsprüfung bis hin zum Endtest des Batteriesystems. Abschließend ein Blick auf unser am häufigsten eingesetztes Universalmessgerät. Es vereint die Funktionen eines Batterietesters und eines Batterieanalysators und ermöglicht den Schnelltest von Batterien und Akkumulatoren. Und das jeweils unabhängig von der Technologie. Außerdem führen wir Spezialmessgeräte, zum Beispiel für Hochvoltbatterien oder kostengünstige Lösungen für die Durchführung von Servicetests. Ist das nicht die Batteriemesslösung, die Sie sich schon immer gewünscht haben? Ein Blick auf unsere Referenzen könnte Ihnen bei der Entscheidung helfen. Gerne demonstrieren wir Ihnen das auch live bei Ihnen vor Ort. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. Am besten jetzt gleich. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns.